So, herzlich willkommen zu einem neuen Teil auf Star Wars, der sechste Teil, wenn ich mich jetzt nicht ehre. Und wir haben letzte Folge, haben wir es geschafft, wie heißt sie schnell, wir haben auf jeden Fall jemanden gerettet, so viel weiß ich noch, so viel weiß ich noch, aber wir haben uns jetzt hier und jetzt machen wir die Verteidiger des Friedens. So, herzlich willkommen. 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 n das können wir uns nämlich nicht bieten lassen da brauchen wir anscheinend 2 zu das haben wir ja der ist sogar noch so und mit macht können wir das dann aufbauen genau aber wir müssen sehr auf diese stromdinger achten genau das meinte ich wir müssen es erst ausstellen den strom okay jetzt haben wir das irgendwie ich habe jetzt mal eingefangen jetzt ist halt noch die sache ich bin so froh dass ich jetzt hier wieder weiter spielen kann denn es war nämlich so dass Prozent gestern heute hier schon eine folge aufnehmen aber da hat das alles nicht so funktioniert wie ich das wollte und zwar Prozent einerseits hat der das irgendwie mein aufnahmeprogramm nicht geschickt nicht genommen und dann hat das halt wie gesagt nicht so funktioniert wie ich das wollte so soll ich zerstören ja oder jetzt können wir mit dem ding hier einfach weiterfahren mit g war das genau da können wir ein bisschen schneller werden so da müssen wir nur die kaserne zerstören oh 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 so so erledigen wir ganz schön viele und erledigen auch die kaserne so oh mein gott sind das viele zack warte mal was wollen wir jetzt machen Luftunterstützung AT-AT warte mal Haha, wie geil. Wow. Das waren zu viele. Kann ich das vielleicht benutzen? Woh! Wow. Da ist das Schild, das können wir gleich deaktivieren. So. Wir zerstören jetzt erstmal die Kanone. Kanone. Ich hör nichts. Also, kein ingame Sound. Oh mein Gott, warum hör ich kein ingame Sound. Woh! Ja, wir zerstören schon die Kanone. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt ingame Sound habt, ich höre auf jeden Fall keinen mehr. Denn manchmal ist es leider so, dass die, dass mein Ton auf einmal ausgeht. Das hat irgendwas mit meinem Headset, weiß ich nicht, zu tun. Dann vergeht irgendwann einfach mal mein Headset aus. Dann habe ich kein Ton mehr. Und das ist halt dumm. Das ist blöd. Aber kann ja jetzt nichts machen gegen, also. So. Jetzt müssen wir hier noch die letzten paar Feinde hier erledigen. Zack, zack. Hier ist aber noch irgendwas. Was? Nein, doch nicht. Jetzt haben wir hier Kaserne. Das ist, das ist nice. Ja, Mensch und klar. Wir holen uns ein paar Klone. Woh! Wir haben mit dem Funkbefehl war das hier. Und jetzt? Sollten die mir folgen, oder? Sollten die mir folgen, oder? Sollten die mir folgen, oder? Sollten die mir? Sollten die mir? Woh! Das ist, das ist cool. Ähm, hat D gedrückt, um zu zielen. Wir werden aber... Alle... Wir gehen auf den hier. Da drüben ist da eine Silberne Kanone. Warum... Das heißt, wir werden jetzt gleich ein paar... Raketenklone ausbilden. Wir werden jetzt mal gleich ein paar... Raketenklone ausbilden. Findest du mir? Kaserne. Raketenklone. Wenn ich jetzt hier... Karte drücke. Sollten mir die hoffentlich gleich folgen. Ist das richtig? Ja, jetzt folgen die mir. Jetzt können wir da drüben die Kanone ausschalten. Dann... Uh! Wo sind die Ähre? Zuck, 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 zuck... noch ein paar zu stemmen, ja? Ja. Ja, das ist es ist... Du musst nicht alle zu stemmen. Es ist cool! Oh, jetzt kommt... Oh... und und B nicht aus der Klonen ich sie die Schöne Todes folgt mir mal da ja ich weiß schon wie es funktioniert sie sind schon wieder alle Tode oder was nein das heißt wir holen uns erstmal die hier genau das ist ein Schultfock weil es sterben aber auch sich nein ich stehe nur auf die Hunde umgefahren oder so so und jetzt wenn jetzt H gedrückt halten wir wollen die Kanone anvisieren schießt doch bitte ich war durch die irgendwie vom Lab schießt schießt ich hab jetzt darauf befähigt ja da ist zuck zuck ja da ist das funktioniert wir müssen jetzt aber wieder zu Koli wirkschen nein blei ich hole so folgt mir mal kleine Kronenfreunde wenn wir jetzt halten so wir schießen natürlich auch drauf das ist nicht alles nur meine Kronen machen so jetzt aber die sollten es hoffentlich schießen oh die sind tot ja gut und dann holen wir uns so ein Ding und schießen mit dem bisschen darauf und dann ist es jetzt hier alles komplett zerstören dann werden wir hier ein paar Klone ausbilden so mit dem Ding springen anscheinend nicht so das haben wir das eingenommen können wir jetzt wieder kann ich das abbrechen ich brauche jetzt diesen es ist ein ziemlich schnieges gefährt und sollte auch irgendwie auch hier hoffentlich rum so wir werden uns jetzt den zuerst hier widmen zuck 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 das läuft nicht so wie ich das will wir werden uns jetzt hier wo ist unser Herr Commander da hinten steht er zu dem werden wir jetzt erstmal wechseln oh Gott haben wir hier noch Klone ja wir haben hier noch Klone befähigt mich mal ja Attacke würde ich sagen die sind weg oh man ich bin schon wieder tot folgen die mir noch ja wir werden jetzt hier drauf das Feuer öffnen wenn nicht hier welche Truinen kommen oh wir machen das jetzt ganz wir machen es jetzt einfach auch easy so 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 zuck 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 Schild Generator können wir bauen das haben wir in Goldenen gebaut ah ja und die Schilder sind oben hopp dann würde ich mal sagen wir in Nüsten müssen wir sehen was Zwischenbasis die ganzen Ruinen die gehen mir hier schon leicht auf den Senkel aber davon lassen wir uns nicht entmutigen wir werden jetzt den hier nehmen und dann die kann uns da drüben nichts anhaben folgt mir mal wir werden jetzt einfach rüber gehen rüberspazieren und die Kanone nach oben ausschalten die nervt mich nämlich dass die mich da auf mich schießt wir werden jetzt erstmal den Schild Generator runterfahren zuerst auf die Kanone oder ja schon zuerst auf die Kanone ähm fuck zuck 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 du kriegst mich nicht du kriegst mich nicht du kleine kleine Kanone so jetzt stehen wir auf diesem Bein ha wie los es kann mich jetzt halt nicht mehr treffen das Geschütz es kann mich nicht mehr treffen es kann mich nicht mehr treffen so geht doch kaputt so kaputt und dann müssen wir den Schild Generator zur Sterne kann ja wieder hochgefahren werden wow ah die 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 Trom Trooper schießen auf den das zieht nicht so viel Leben gehen wir mal wieder runter und boxen mehrmals drauf ich bin mir aber sicher dass die es so ganz schnelleren Schwung hat Bild Bild ich mir ein also ob das wirklich so stimmt das möge jetzt in den Sternen liegen aber ich bin mir das tatsächlich ein jetzt wir noch bzw. zerstören noch diesen letzten Schild nein diesen letzten Traktor strahlen beziehungsweise beziehungsweise ja ja nimm jetzt einfach Traktor strahlen den zerstören wir noch jetzt haben wir hier das ganze Geld ein das können wir ja gebrochen ja genau glaubt euch etwas anderes so müssen wir alle Basis einnehmen oh nein oh nein jetzt können wir das zerstören einfach drauf halten aber wir können also es scheint nur mit dann dann zerstören wir das vornehmen nein er zerstört mich nicht so wir zerstören natürlich weiter wir halten da jetzt volle Kunde drauf ich glaube ich glaube es kommt ja ich weiß jetzt nicht ob das so sein soll dass es jetzt schwarz ist da sind nicht die Jungs und Mädels ich hätte man nicht weiter und sonst ich glaube das gehört so nicht wir werden aber noch mal ganz kurz wieder reingehen einfach hm das gehört auf jeden Fall nicht so dass es jetzt schwarz ist äh ich weiß auch noch jetzt nicht ob irgendwas noch drankommt ich hab's noch nicht gezockt es ist halt jetzt dumm dass es jetzt schwarz ist das ist jetzt halt nicht so toll ähm ich werde das mal ganz kurz fixen beziehungsweise ich werde mal schauen ob da gleich noch was kommt und ich würde dann einfach mal sagen wir sehen uns gleich wieder haut euch mal rein, ciao so, da sind wir wieder zurück ähm ich habe das Spiel jetzt noch einmal durchgespielt also ihr seht es jetzt wenn ich hier reingehe dann haben wir diese Mission anscheinend nicht irgendwie durchgeführt äh ich werde es jetzt aber demnächst doch irgendwann mal probieren dass wir das dann auch abgeschlossen haben aber es ist halt einfach wieder abgestürzt wir werden das jetzt einfach mal machen lassen beziehungsweise ihr habt es ja gesehen äh wie das Level ausschaut ich werde das jetzt einfach mal wenden ich habe mir auch ein Let's Play angeguckt äh über dieses Level das äh ist anscheinend öfters der Fall dass es abstürzt bei ein paar Läder aber wie gesagt ähm so viel will ich dazu jetzt gar nicht labern es kommt danach nichts mehr ähm also seid jetzt nicht ihr habt nichts verpasst im letzten Level also ihr wisst euch das meine also ihr habt nichts verpasst ähm also verabschiede ich mich von der sechsten Folge von Lego Star Wars wir sind im Fahrstuhl und hören uns Fahrstuhl und Musik an ähm auf jeden Fall ist halt leider dumm gelaufen ja gut also kann ja mal passieren wie gesagt falls euch das ganze gefallen hat dann lass eine positive Bewertung da und dann sehen wir uns im siebten Teil beziehungsweise im nächsten Teil von Legosaurus Hau da rein Tschüss